Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Path of Exile direkt aus der Abgrundliga mit meinem Schatten, mein Shadow. Der ist inzwischen ein bisschen aufgestiegen und ich war fleißig. Der weiß ja immer noch nicht so richtig, ob er jetzt auf Energieschild oder auf Ausweichen gehen soll. Ich weiß es immer noch nicht, aber ich war fleißig. Ich habe ein bisschen was erledigt. Ich war schon an den Docks zwischen den Folgen und habe mit Fairgraves da gesprochen, habe auch dieses komische Talcum besorgt, bin zurück zu Diala, um mir da das Höllentalcum machen zu lassen. Habe dann die unsterbliche Barrikade irgendwie beseitigt und letztendlich auch den General Gravitius, oder wie der heißt, erledigt. So, und jetzt bin ich hier gelandet im Lunaris-Tempel und ich habe mittlerweile zwei Stufen hier auf dem Buckel und jetzt muss ich auch mal langsam hier die Skill-Punkte vergeben und das mache ich einmal mit euch. Und deswegen muss ich jetzt hier auch wieder aufnehmen und ich denke mal, da wird nachher auch ein bisschen interessanterer Endkampf sein. Interessanterer Endkampf sein, genau. Und deswegen seid ihr jetzt auch wieder dabei. Ich habe zwischendurch auch wieder einen Riss gehabt, wo keine Kiste rauskam, weil ich nicht schnell genug war, lag aber ein bisschen am Schadens-Output, der noch nicht ganz stimmte. Dafür sind die beiden Skill-Punkte wichtig. Also, legen wir mal los. Ja, wir waren ja bis hier hochgelaufen. Also hier haben wir ja schon alles gemacht, für die, die neu dabei sind, haben wir schon alles gemacht hier und da haben wir auch ein bisschen Leben noch dazu. Und dann sind wir hier so rum. Hier rüber, hier wieder Leben und hier ganz viel Chaos-Schaden und jetzt legen wir hier nämlich noch einmal deftig drauf mit 25% Chaos-Schaden. Wir haben mehr Zaubergeschwindigkeit und wir kriegen sogar noch Chaos-Widerstand, was ich super finde und den wenden wir jetzt hier auch gleich mal an. So, jetzt ist eben die Frage, den zweiten habe ich noch, was mache ich weiter? Ich habe das ein bisschen überlegt. Ich habe dann erst überlegt, warte, ich mache mal ein bisschen kleiner hier. Ich habe erst überlegt, mir hier unten weiteren Chaos-Schaden zu holen. Das war eigentlich so das Erste. Dann habe ich mir überlegt, vielleicht wieder ein bisschen Leben oder aber auch hier die, ich sage mal, die, ja, ihr wisst schon, was ich meine, Attributwerte, genau. Also, Attribute hier einfach mal drauf zu legen und hier unten waren auch irgendwo noch welche, hatte ich gesehen, irgendwo hier waren sie, genau, da oder mir die eben dann zu holen, war ich, bin ich ein bisschen unschlüssig gewesen. Dann habe ich hier drüben Fluchdauer, habe gedacht, was sollst du denn mit der Fluchdauer? Aber das hier ist ja tatsächlich ein Fluch und diese Verzweiflung, die wirkt echt nicht schlecht. Also, das kann ich nicht anders sagen und da habe ich mir gedacht, vielleicht sollten wir über diesen Weg einfach mal gucken, dass wir da vielleicht den Output ein bisschen erhöhen. Und deswegen denke ich mal, gehen wir jetzt als erstes mal hier rüber, wickeln das hier ab und da müssen wir schauen. Das heißt, es sind ja eins, also einen machen wir jetzt, eins, zwei und drei. Da 80% verlängerte Fluchdauer, das Ding geht ja ungefähr 10 Sekunden, 80% mehr, dann haben wir hier schon mal 15% mehr. Ich würde mal sagen, dann geht das Ding nachher an die, ah nicht ganz, 20 Sekunden und das ist nicht schlecht. Ich habe auch eine Gamme gefunden, eine Unterstützungsgamme für Flüche. Ich denke mal, wir probieren das aus. Wir haben zur Not ja immer noch Korrekturpunkte, die man dann noch einsetzen kann. Also laufen wir jetzt einfach mal darüber. Punkte anwenden, so machen wir das. So, äh, ja. Ja, schön. Jetzt geht es weiter. Ich sollte ja eigentlich in die kaiserlichen Gärten, aber ich bin gleich in den Lunaris-Tempel rein, weil hier hätte ich früher oder später sowieso hingemusst. Denn wer das Spiel kennt, der weiß, dass man nachher in den kaiserlichen Gärten, da muss man irgendwie in den Turm, dafür braucht man einen Schlüssel, den kriegt man hier im Lunaris-Tempel. Also rein in den Lunaris-Tempel. Obwohl ich natürlich auch gerne erst in die Bibliothek wäre. Also Ebene 1 habe ich schon durch, Ebene 2 machen wir jetzt. Da treffen wir ja auf jemand Bekanntes. So, wir wollen mal gucken, wie das ist. Aha. So, das mit dem Verfluchen und dann das ist also schon, an sich reicht das vollkommen aus, jetzt so. Also der macht sich hier, was das angeht, macht er sich richtig, richtig gut. Das heißt, ich muss da gar nicht mal überall hier diese Endkräftenkugeln reinfeuern. Das reicht so in Verbindung, also der Fluch mit der Verseuchung reicht aktuell aus. So, und wenn es dann ein bisschen hartnäckiger wird, ich sage mal ein Riss oder so, da muss man auch das andere mal da, wie der hier zum Beispiel, der ist ja nicht ganz so ohne. So, oben im Lunaris-Tempel im ersten Level, da ist auch irgendwie so ein ganz fieser Kerl. Den habe ich auch relativ schnell umgehauen. So, na gut, da seht ihr schon, geht recht gut. Und in der Kombination, was mir momentan immer noch ein bisschen zu schaffen macht, ist eben diese Dreierkombination, also alle hier durchzu... Oh. Ja, Items-mäßig, also wie gesagt, das liegt so ein bisschen dran, weil ich noch ein bisschen unkoordiniert bin, gehe ich Richtung Schild oder doch eher Richtung Ausweichen. Wenn ihr mal gucken wollt jetzt inzwischen, also ich habe das auch mit den Items geschafft hier und in Verbindung natürlich mit der Reinheit der Elemente hier wirklich fast überall auf 75 zu kommen. Hier kommt jetzt auch noch Chaos-Schaden dazu, Chaos-Resistenz, Widerstand, Widerstand heißt das ja jetzt, obwohl bei mir heißt das irgendwie Resistenz, ist egal. Also der macht sich gar nicht schlecht hier, der Schatten, so wie der jetzt läuft. Der nette Herr Schlafbringer. Ups, ups, ups. Ups. Ups, ups. Du brauchst eigentlich nur warten, bis sie umfallen, ne? So, und da muss man eigentlich immer zusehen, dass man ein bisschen wegkommt, bis sie dann weg sind. Dann wäre man ja auch in Sicherheit. Das fällt mir noch ein bisschen schwer, das Weggehen. Man will ja immer so gerne, am liebsten möchte man ja... So, und da muss man hier aber zusehen, dass man aus der Schusslinie kommt. So, wenn ich jetzt wieder zurücklaufe, dann müsste ein Teil davon tot sein. Alle sogar. So, und da kann ich hier theoretisch wieder weglaufen. Ich bin auch ein bisschen schneller, ich habe mir wieder Schuhe gesucht, die mich ein bisschen schneller machen. Also, auch wenn ich hier das Quarzfläschchen ab und zu mal einsetzen könnte. So, ein bisschen kann man noch ein bisschen Handarbeit, das wird ja hier mein Öffnungszauber, äh, auch bleiben wahrscheinlich. Das ist übrigens hier, äh, ein ganz schönes Ding, finde ich. Dieser, äh, Lunaris-Tempel, der ist so schön gruselig irgendwie. Also, ich mag den von der, von der Aufmacher mag ich den. So, reicht. So, für alle Fälle nochmal. Letzten Kram nochmal weg. Ich habe mir immer noch kein Versteck gemacht. Wollte ich immer noch machen. Na? So, da geht es ein bisschen schneller, ne, wenn ich alle drei... Was muss ich hier noch machen? Hier, die muss ich die verteidigen, oder wie ist das? Hm, ich weiß gar nicht mehr, wenn da so viele stehen. Wir werden es rausfinden. Na gut. Zerstört die Verderbten. Ich mag den. Also, irgendwie mag ich ihn ja, ne. Man muss immer ein bisschen aufpassen, äh, dass man nicht zu wagemutig wird, weil das eben kein Actionheld ist. Ist er eben nicht. So, der müsste jetzt auch drei sein. Kann ich mir, genau, kann ich mir aussuchen, wenn man einen nachher, äh, äh, ein Versteck baut. Hm, ja, wollen wir den auch gleich vergeben, ja? Äh, haben wir extra gesagt. Fluchdauer 15%. 9,66. Wollen wir mal gucken. Da, elf Sekunden. Also, das wird noch ein bisschen interessant hier. So, ich denke mal, ich muss bei dem Richtung Energy Shield gehen, so. Ich weiß noch von den Items hier, da könnt ihr schon sehen, da habe ich jetzt Ausweichwert noch drin, Ausweichwert, also noch so eine Mischung hier, Ausweichwert, Energy Shield. Zur Zeit sind das so die Mischungen. Ich habe hier auch noch ein paar blaue Items. Der natürlich Energy Shield. Also, ich muss da noch ein bisschen was machen von denen. Also, äh, ist jetzt auch nicht, obwohl 300 ist ja jetzt auch nicht schlecht, ne? Das kann man jetzt nur auch nicht behaupten. Also, da werden wir mal gucken müssen. Ich bin ja auch ein bisschen scharf auf, ähm, auf das Zaubertotem. Da freue ich mich auch schon. Oh. Ja, das ist das, was ich so mag, irgendwie. Was ist denn hier für ein Level? 30 haben wir hier. 33, also ich bin eigentlich noch ganz im grünen Bereich. Also, nur Verfluchen alleine reicht natürlich nicht so ganz. Das alleine reicht natürlich nicht so ganz. Ich glaube, ich muss hier tatsächlich mal ein bisschen Leben nehmen. Das ist auch die Gefahr, ne? Ich könnte natürlich auch hier mit dem Quecksilberflaschen einfach durchrennen. Aber, wenn du dann Pech hast, dann hast du mit einmal vor dir welche, hinter dir welche. Und dann kommst du da nicht mehr durch. Also, wobei, wie gesagt, also Sterben jetzt hier macht ja noch gar nichts aus, eigentlich. Da ist nix. Macht ja hier an der Stelle noch gar nichts aus. Weil es hier noch keine Erfahrungspunkte kostet. Bis wir das erste Mal auf Kitawa gestoßen sind, wird ja noch ein bisschen Zeit vergehen. Und dann wird es hier eigentlich auch erst so richtig... Komm ich da nicht mehr weiter? Ne, muss ich in eine Richtung. Falsche Richtung gelaufen. Ha. Komisch, ne? Der ist genauso orientierungslos wie mein Templer und meine Hexe. Ich verstehe das gar nicht. Nimmst extra eine andere Charakterklasse. Genau das gleiche. Hopp. Also läuft rund, ne? Also kann man nicht anders sagen. Oh. Die wollen wir natürlich haben. Gut. Also öffnen weg. So, jetzt aber mal gut. Oh, ein Gürtel, ein Gürtel, ein Gürtel. Ein Juwel. Hm. Ich weiß noch gar nicht, habe ich überhaupt Platz irgendwo für ein Juwel? Habe ich den Platz? Ja, nicht das Blaue. Wenn, dann das. Erhöhte Zaubergeschwind mit Feuerfertigkeiten. Okay, das bringt mir nix. Äh, aber 8% alle Elementar. Das ist gar nicht so schlecht. Was bringt mir der denn hier? Beim Tragen eines Schilds. Na gut, das hätte ich schon, aber... Was macht dann der schicke Gürtel da? Zu stärker. Zu maximalem Leben ist gar nicht schlecht. Aber momentan bin ich ja eigentlich ganz gut, sag ich mal, ganz gut ausgestattet. Betäubung. Maximalem Energieschild. Na, aber 60 zu leben. Das ist nicht schlecht. Aber Elementarschaden bringt mir nichts, ne? Also momentan ist das eigentlich ganz gut. So, wie das jetzt ausgestattet ist. Also unten ist ja auch ein Link zu meinem Account. Also wenn ihr euch den angucken wollt, wie der gerade ausgestattet ist, ne? Da könnt ihr das machen. So, hier muss man im Prinzip nur irgendwie durch. So. Oh. Ah, ein bisschen Schaden stecke ich schon ein. Da muss man ein bisschen aufpassen. Also Fernkampf ist immer so eine Sache. Wenn die irgendwie Fernkampf machen können. So Silbermünzen. Ich habe mir auch noch keine Prophezeiung gegönnt. Nichts gönnt man sich so als Held. Da schon hartes Brot. Da, wenn die einen so in die Zange nehmen. Das ist nicht schön. Ah, da haben wir einen Bruch. Einen Rissen. Dings. So. Da muss ich aber erstmal dran vorbei. Der reißt ja garantiert da hinten hin. Also machen wir erstmal hier ein bisschen Platz. Die ist nicht verflucht. Aber jetzt. Weil ich möchte ja keine böse Überraschung erleben, ne? Die Biester, die da aus diesem Riss kommen. Die sind momentan irgendwie auch schon knackiger. Als noch vor einiger Zeit. Also mit denen habe ich ein bisschen zu kämpfen. Das kann man nicht anders sagen. Hier geht es auch schon nach oben. Hier sind wir auch schon mehr oder minder durch. Das heißt, der Riss wird uns mit Glück nicht zu sehr quälen. Und wir werden das rausfinden. Und ich muss ein bisschen schneller sein. Also ich fixiere mich immer so auf die goldenen Gegner. Ich müsste eigentlich wahrscheinlich die anderen viel mehr umhauen. Weil das irgendwie ein bisschen was damit zu tun hat, wie viele Gegner man glaube ich erledigt. Oder wie viele da noch rumfleuchen. Ob der Riss eben weiterreißt. Oder beziehungsweise ob der eine Kiste freigibt. Also werden wir mal loslegen. Ja, na klar reißt der hier auch in die. So, und der reißt dann auch. Aber das reißt nicht weiter. Doch, jetzt. Das hat er sich aber Zeit gelassen. Ich dachte schon, das geht hier nicht weiter. Okay. Ah, die nehmen einen aber auch von allen Seiten hier aufs Korn. Aber ich kriege wieder keine Truhe. Doch, er ist da weitergerissen. Ah, da habe ich nicht mit gerechnet. Da habe ich wirklich nicht mit gerechnet. Oh, nee. Freunde. Das ist aber gerade ein bisschen hektisch hier. Das finde ich gerade nicht so gut. Aber ich habe eine Truhe. Das war den ganzen Stress wert. So. Ja, hier mal. Schnell mal. Durch die geschlossene Tür gerissen. Da habe ich nicht mit gerechnet. Äh, von den Dingern habe ich schon so viele. Ich glaube, ich werde die auch nicht mit identifizieren. Zumindest die blauen nicht mehr. So, jetzt wollen wir mal gucken. Was haben wir denn hier noch Schönes so rumliegen? Eine Portalrolle. Äh, ja. Komm her. Wo? Wer spuckt die? Du. Äh. So. Das kriege ich ja im Leben nicht alles mit. Doch. Och. Da hätte ich nicht mit gerechnet. Das Interessante kommt ja jetzt erst. Jetzt wird es auch wieder spannend. Jetzt haben wir gleich wieder einen Endboss. Da war nichts. Noch einmal vorsichtshalber. Äh. Ja, das könnte gar nicht so schlecht sein. Wir wollen uns das mal ganz kurz angucken. Sonst schmeißen wir das gleich weg. Erhöht der... Immun gegen Bluten. Oho, ist so schön. Äh. Immun gegen Bluten. Das können wir nämlich... Dann schmeiße ich das jetzt weg. Das können wir nämlich super brauchen. Äh. Wenn wir nachher am Ende des Akt 3 gegen Dominus müssen. Weil der ja gerne Bluten verteilt. So. Jetzt machen wir die auch noch. Und dann geht es hier weiter. Erstmal die eine Hälfte. Dann noch die andere Hälfte. Also ihr seht schon. Ich muss hier aber doch ganz schön was einstecken. Himmel. Die sind aber auch hartnäckig. So. Wenn da zu viele kommen auf mal. Dann wird das manchmal ein bisschen unübersichtlich. Das Ganze. So. Hm. Jui. Wollen wir mal gucken. Wie er sich da macht. Na, wo ist sie? Piety. Zeit, dass wir die Resultate gesehen haben. So. Hier werde ich jetzt nur rumrennen und mal verfluchen. Ja. Was das Zeug hält. So. Wo ist sie? Da hinten ist sie. In einer etwas anderen Gestalt. Die hat ja hier mehrere Portale. Wichtig ist eigentlich nur, dass wir sie immer fleißig verfluchen. So. Und ihr seht schon. Fluch mal erneuert. So. Einmal nochmal hier so ein Ding. Also ich glaube, dass die nicht mehr lange überbleibt. Na. Zack. Und weg ist sie. So. Und da haben wir nämlich den Turmschlüssel. Und eine Belohnung kriegen wir. Und ich habe alles mit einpacken können. Ist das der Hammer. So. Ja, hier ist ein bisschen blöd. Also hier kommt man auch nicht wieder weg. Das heißt, wir werden jetzt einmal zurück huschen. mit einem Portal. Weil man hier muss man ja den ganzen, äh, die ganze Etage wieder zurücklaufen. Zum nächsten, zum nächsten Sprung. So. Und dann werden wir mal gucken, haben wir überhaupt noch Platz? Nein, haben wir nicht. Also schmeißen wir jetzt erstmal hier alles rein. So, dass wir genug Platz für eine Belohnung haben. Das ist jetzt erstmal wichtig. Clarissa. Ja, ich habe Piety. Ich habe Tolmann gerecht. Grigor. Ja. So. Den nehmen wir doch gerne. Ich mache ja auch immer alle optionalen, äh, Aufgaben. Weil mir ich momentan immer noch scharf bin auf die. Oh, Maramoa. Die kann uns auch was erzählen hier. Nein. Hagan. Auch nicht. Von der habe ich übrigens auch eine Belohnung gekriegt. Weil ich ja den General Gravitius erledigt habe. War aber nichts wirklich brauchbar. Oder doch. Das ist gerade falsch. Die hat mir. Ich weiß gar nicht mehr. Habe ich die da bekommen? Dapp, dapp, dapp. Ne. Da ist es nicht. Da ist es nicht. Die hat mir doch irgendwie. Ich glaube, die Unterstützung der Falle. Die hat die. Oder habe ich die gefunden? Ah, wenn ich das mal noch wüsste. So. Aber nutzt mir nichts, ne? Nutzt mir nichts. Ich habe hier auch keine, die jetzt irgendwie Flüche oder so unterstützen würden. Das wäre ja nochmal interessant. Kommt ja vielleicht noch. So. In diesem Sinne. Also wir haben hier ganz schön was. Wir machen jetzt hier den Skillpunkt gleich noch. Dann machen wir das nächstes Mal nicht. So. Und dann können wir nämlich hier die Fluchdauer hier, die Wirkung auch nochmal erhöhen. Was macht denn der jetzt? 17% erhöhten Schaden. 17% erhöhten Schaden. Und 14 bis 17. So. Und nun? Immer noch. 14 bis 17. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. 11,16. Das ist immer noch 17. Das ist das. Vielleicht minus 21, dass sich da was getan hat. Muss ich mir dann im Video angucken. Genau wie ihr. In diesem Sinne. Wir haben viel geschafft. Wir wollen jetzt als nächstes hier in die Kaiserlichen Gärten. Da wartet auch eine Aszendenzprüfung auf uns. Da erwartet uns die Bibliothek. Dann können wir endlich mit dem Spelltotem ein bisschen rum experimentieren. Das können wir da nämlich kaufenden. Wenn ich das richtig weiß. Und dann geht es ja in den Turm. Und dann ist auch irgendwann der dritte Akt vorbei. In diesem Sinne. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Bleibt meinem Schatten gewogen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. By the divine authority of the Templar, you are hereby exiled to the forsaken shores of Reklast. You have transgressed against God and consorted with sin. Find your redemption, exile, or die in the attempt. Bitte. Für uns schatten.